. Mädchen! Papa! Seht mal, ein Kranich. Wer ein Kranich sieht, begibt sich auf eine lange Reise. Alle armenischen Männer aus Seytum sind verschwunden. Anni, mach den Kindern keine Angst, wenn es doch wahr ist. Armenier, öffnet die Tür! Bewegt ihn! Achtung! Papa! Los, fesselt sie! Hinknien! Verschwendet keine Kugel! Wer hat dir das angetan? Nur wenige armenische Männer haben hier überlebt. Glaubst du wirklich, du findest deine Familie? Du weißt schon, dass deine Töchter noch leben? Suchst du diese Mädchen? Der Mann hier, der muss seine Kinder finden! Möge deine Reise fließen wie Wasser. Sind das ihre Töchter? Sind das ihre Töchter? Er schreibt, dass deine Töchter nicht mehr bei ihm sind. Und er weiß auch nicht, wo sie sich aufhalten. Bittert, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Suchet, so werdet ihr finden. Und da die Töchter ist, dass die Töchter nicht der Töchter ist. Liu weißt, dass deine Töchter nicht mehr bei dir ist. Und da war die Töchter nicht mehr hier. Und da war die Töchter nicht mehr für das. Nummer 1? Untertitelung des ZDF, 2020